Hi Leute, ich bin euer Maxster, aber mein Name ist eigentlich Maxcam und ich möchte euch heute mal eine wunderbare Offenmaske präsentieren von Muskworld. Könnt ihr sie euch mal gerne anschauen. Müsste eigentlich ziemlich schön sein. Und diese Maske, die werde ich jetzt mal kurz aussetzen. Wie man sehen kann, das ist eine Ganzkopfmaske. Und diese Maske, die bewahre ich immer auf diesen blauen Kopf hier auf. Das ist eigentlich so ein Kopfhörerkopf, aber das bewahre ich dann auch, weil es auch für eine Maske gut ist. Das passt auch hin. Dann gibt es innen drin eine Maske. Kann ich nochmal kurz sagen. Gibt es so ein Band. Sieht man zwar nicht. Das ist ein Band. Jetzt kann man sehen, dass die Maske von innen drin noch besser hält. Und die ziehe ich jetzt mal an. So. Jetzt habe ich sie an. Sie ist eigentlich relativ billig gewesen. Und zwar sie hat 34,90 Euro gekostet. Also das geht eigentlich nur. Es geht nämlich zum meisten. Es ist noch teurer. Ja. Jetzt werde ich gerne mal von hinten zeigen. Also hinten ist eigentlich nur das Fell und das ist ganz Kopf. Vorne. Klar. Und das ist ganz schön. Also hinten ist eigentlich nur das Fell und das ist ganz Kopf. Vorne. Klar. Das ist das Gesicht. Ja. Und die Maske schaut von innen nämlich so aus. Ob ich das mal kurz zeigen kann. so schwer jetzt hier. So. 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 Auf jeden Fall. Und die Maske, die hänge ich jetzt wieder auf diesem Kopf. Ja. Und dann sage ich. Ciao.